So liebe Sportfreunde, jetzt kommt der zweite und letzte Durchgang für heute. Ich stehe bei 182 Punkten. Das ist ein Top-Ergebnis für den ersten Durchgang. Wenn ich meinen Rekord von 435 Punkte übertrumpfen will, brauche ich 253 Punkte, aber das werde ich eh nicht schaffen. Wenn ich über 400 komme, wäre es für mich schon zufrieden. Für den zweiten Durchgang wünsche ich euch auch viel Spaß, Grunderhaltung und viel Vergnügen. Und los! Sechseln! 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 5, 4, 3, 2, 1 Halb 8 und Geruch. Schnuffet. Schuss. Ziem, 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 ziem. Ziem, 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 ziem. Ziem, 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 ziem. Ziem, 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 ziem. Ziem, ziem, ziem. Ziem, ziem, ziem. Geht! Das war's. 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 Das war's.